In 727 Tagen werde ich 30. Schon das fühlt sich unsagbar schlecht an. Bin ich hysterisch? Oder ist das die Quarterlife-Crisis, aus der mich nur eine retten kann? Ich finde, ich müsste schneller sein, um Kinder zu kriegen. Nein, alles braucht seine Zeit. Und vor allen Dingen auch einen richtigen Mann. Bei meiner Mutter hat es wirklich länger gedauert. Als sie in die Wechseljahre kam, kaufte sie sich ein Bauchtanzkostüm, trennte sich nach 29 Jahren von meinem Vater, verliebte sich in diesen Typen, traf sich einmal die Woche mit diesen Frauen und sah plötzlich glücklich aus. Da bleibt man einfach ein bisschen stehen und dann geht es ja weiter. Das machen wir also in Paris. Aber wenn das alles ja nicht klappt, dann machen wir das einfach wie immer. Alle Männer, Freunde, Partner sind nicht so lange bei mir geblieben, wie ich bei den Bauchtanzfrauen. Und das bedeutet mir viel. Und dann hörst du die Musik. Und dann siehst du die Mädels. Und dann sind das schon mal zehn Jahre runter. Und dann sind das noch mal zehn Jahre runter. Wenn wir in die Knie gehen, dann fühlen wir uns kurzfristig. Aber wir gehen jetzt nicht mehr in die Knie. Wir gehen jetzt nicht mehr in die Knie. Dann tanzen sie und dann dürfen die Männer dann gucken. Ja, aber mit 20 dürfen die nicht gucken. Aber wenn sie alt sind, dürfen sie dann gucken. Die sind doch bekloppt.